Wer sind Sie? Marco Ruiz, Chihuahua State Police. Sie ist Amerikanerin. Der Wagen kam aus El Paso. Wir sind zuständig. Ich brauche Ihre Leiche nicht. Wieso erzählen Sie das? Wir haben unsere eigene Tutte. Wie können Sie sowas zulassen? Ich habe gesagt, dass ich Detective Cross bei Ihren Ermittlungen helfen werde. Das könnte interessant werden. Wieso denn? Sonja ist eine interessante Frau. Ist mir schon aufgefallen. Man, Sie sollten vielleicht lieber nicht hinsehen. Gehen Sie bitte zur Seite. Dies ist eine von denen. Von was? Von den toten Mädchen aus Juarez. Das Gute ist der Beinbesuch. Es ist definitiv her. Sicher, dass es Richterin Gates ist? In zwei Teilen. Da will jemand eine Botschaft hinterlassen. Weiße Arme, braune Beine. Zwei verschiedene Frauen. Das Gute ist der Beinbesuch. Das Gute ist der Bein. Das Gute ist der Beinbesuch. Untertitelung des ZDF, 2020